Joooo Leute was geht ab der Pornamstaatessich Willkommen zu einer heute Folge, TechKill Joa alleine Denn ich hatte endlich mal wieder Lust, wirklich ich hatte wieder die Lust gepackt so wieder mal ein bisschen TechKill zu spielen und ich denke, die ein oder anderen hätten auch wieder mal Lust, wenn wir uns zuschauen. Wir können natürlich immer noch in die Kommentare eure Ideen reinschreiben, dass ich alles machen soll. Ja, auf jeden Fall müssen wir Kohle suchen, oder? Oh ja, wir brauchen Kohle. Also, Eisen haben wir ja relativ genug erstmal. Es ist, ne? So. Ja. Äh, ja, ich hab, äh, wie einige von euch nicht mitbekommen haben, was aber wahrscheinlich keine Sau interessieren wird. Ähm, hatte ich technische Probleme, deshalb diese Pause da. Leider, ich konnte da nichts anderes machen, nichts anderes. Ähm, ja, jetzt war eine Pause halt und ich muss jetzt hier alles, die Welt nochmal neu raufsetzen. Also, im Glück hab ich die gespeichert, gespeichert bekommen. Und das wäre hier alles wieder weg. Und ja, so sieht's aus. Bis jetzt, äh, bis jetzt, äh, hab ich ja allängermaßen wieder was hingekriegt mit dem Rechner, dass alles jetzt wieder topfit funktioniert. Ich weiß selber nicht, was sein Problem war, ich schwöre. Ähm, auf jeden Fall anscheinend diesen Boss ist, wenn er keinen Bock mehr hatte. So, okay. Ähm. Ich probier' hier, wenn er nicht hat, nicht sein. Ich hab' dann auch hier sowieso im Gain-The-Zell. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir mal hier. Dann machen wir hier unseren Durchschnitt, wird schön, ne? Wir wollen hier ordentlich haben. So. Das heißt, wir müssen wasch jetzt hier abdauern. Damit wir unseren wunderschönen Gang weiter fortführen können. Denn, wie wir wissen, dieser Gang, oh ja, der hat uns sehr viel Glück gebracht bis jetzt. Und ich hoffe ich, dass wir weiterhin so viel Lack haben. Ich hab' mir jetzt einfach nur so gedacht, yo, ich brauch' Kohle. Also, yo, hol' ich Kohle, ne? Ich mach' hier recht, wir haben hier. So, ich hab' ein bisschen mit Schick und so. Das muss man ja auch, ne? Super. Ich hab' hier weiter nicht geblieben. Du, genau, du, in der Fall ist das, ich weiß nicht. So. Werde ich wiederverwerten. Hm. Ähm. Ich hätt' mir das nicht mitnehmen sollen, mitnehmen sollen. Ein bisschen Koppel. Okay. Zubauen. Ähm. So, ich hab' geschaut. Ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, was ich mache. Ich hab' mir diese Kohle fahren. Äh. 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 Aber ich hab' halt nicht aufgehakt. Äh. Ich, äh, jetzt. Zum Glück hab' ich das gemacht, wa? Zum Glück hab' ich das jetzt gerade gemacht. Oder das. Zum Glück hab' ich das. So. Das ist jetzt super. So. Ich weiß nicht, was mir gefällt, das ist Kies. Mal sonst nie. Eins. Zwei. Drei. Ein. So. Ein Fackelchen. Ach. Wo war das jetzt? Willst du letztes Haut ie Renaissance? Ja. So. so richtig nicht dass wir irgendeinen Besuch von Oberhalt bekommen, also, dass wenn es hier an dieser Stelle unnötig ist, es will wenigstens gut aussehen. So, weiter geht es. Hier habe ich mich irgendwie hochgebaut? Anscheinend? Anscheinend, ja. Hm, sehr mysteriös. Wunderschön, wunderschön. So, sieht aus. So muss das. Das ist der Gravel-Fakt. Aber sonst geht's klar. So, ganz easy. Oh, da gibt's was für Gravel. Meine Presse. Erstmal einen Schluck von meinem Energiegetränk nehmen. Ja. Auf jeden Fall starte ich wieder voll durch, weil es gibt ja keine Probleme. Und es wird nicht nur was mit Epic kommen, sondern auch mal wirklich was mit Anime. Also nicht mit Epic. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist schon los. Keine Ahnung. Es kommen noch mit verschiedenen anderen Minuten. Oh, noch mehr. Also macht euch drauf gefasst. Oh. Ist das endlich mal zu Ende? Also, ernsthaft, ich geh jetzt hoch und hol mir. Naja. Ich geh jetzt hoch und hol mir ne Schaufel. In Ernst. In Ernst. Hoch und Schaufel holen und runter und weitermachen, weil ich habe immer noch keine Kohle gefunden. Und ohne Kohle sieht das relativ schlecht aus, muss ich sagen. Denn wie wollen wir unseren Generator bepowern ohne Kohle für den Anfang? Ja. Also ich würde ja schon eigentlich sagen, ab in den Meta, ne? Und, ähm, ja. Ab in den Meta und, äh, Nava. Geotermal-Generator. Weil, uch, der ist leer. Scheiße. Was machen wir jetzt? Ähm. Ja, irgendwie müssen wir jetzt irgendwas machen, wa? Joa. Bloß was? Ich war ja schon ne Meta drinnen. Anscheinend. Genau. Jetpack. Hab ich eigentlich alles dafür? Ich gucke gerade. Jet. Boah, dann muss man eigentlich sowieso mit Energie beladen, okay? Ne, ne, Meta würde ich sagen, und... Äh. Warte mal, ich kann mich kurz überlegen. Wo hab ich denn das Meta-Portal hingesetzt? Ach, da. Okay. Dann ist ja alles okay, würde ich sagen. So, hier haben wir's ein bisschen ausgegrad... ausgegradigt. Ja, meine ganzen Waypoints sind weg. Ich weiß aber nicht, wieso der das bei der Map nicht gespeichert hat. Ich weiß aber nicht, wieso der das bei der Map nicht gespeichert hat. Alles klar. Oh, lol. Wa... What the fuck? Okay. Ähm. Nice. Erstmal hier... Moment. So, war das. Waypoints. End. Portal. So. Lava. Kann man... Ich muss erstmal den Geothermalgenerator machen, ansonsten läuft hier realisch. Äh. Da sollte ich nicht runter. Da komm ich auch nicht. Boah. Ich brauch irgendwo ne Lavaquelle, ohne dass es gefährlich wird. Hm. Hm. Das sind ja alles gar keine Lavaquellen. Das ist das Problem. Kommt alles... Kommt alles aus der Decke oder ist alles unten im Boden? Wir sind eigentlich relativ gut gespawnt. Das sag ich ja nicht. Aber... Hm. Also ganz ehrlich... Ich muss da irgendwie runter, um Lava zu holen. Aber wie komm ich denn wieder hoch? Das ist hier... Die Frage. Frage. Außer ich finde jetzt hier voll coolerweise... Irgendwie so... Cool. Aber davon sehen tue ich noch nichts. Komm, hoch da. Rauf zurück. Ja, genau. Hm. Ach! Das sieht aus wie cool. Ja. . . . . . . Was ist das hier? Hm Silber. Stell dir vor jetzt wäre ich... Ohohoho. Shit. Das ist grad... Ohohoho. Da hatte ich jetzt grade mehr Glück als Verstand, also...